Der Herr Jesus Christus lädt alle Menschen ein, zu ihm zu kommen. Er will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So lesen wir in 1. Timotheus 2, Vers 4. Der Herr Jesus sagt uns, und der Apostel Paulus schreibt, dass wir uns versöhnen lassen mit Gott. 2. Korinther 5, Vers 20. Aber leider lässt sich nicht jeder rufen. Das heißt, es ist nicht automatisch, diese Erlösung, sondern es geht darum, das Geschenk Jesu, die Vergebung aller Sünde, den Weg zum Himmel, im Glauben, im Vertrauen anzunehmen. Hast du dich schon rufen lassen? Bist du schon ein Kind Gottes? Auch dieser Gott ist denn seine Möglichkeit, sein Herz dem Herrn zu öffnen. Wenn wir zu Jesus Christus kommen, dann, so sagt uns sein Wort, hat er uns eine Stätte im Himmel bereitet, eine Wohnung. Er selber sagt in Johannes 14, 1-3, Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Es ist herrlich im Himmel. Für jeden, der glaubt an den Herrn Jesus, ist eine Wohnung bereit und der ihm nachfolgt in Gehorsam und Liebe. Wie werden die Gläubigen zu Jesus Christus kommen? Die Bibel spricht von der Auferweckung der Toten und der Verwandlung der Lebenden der letzten Generation der Christen. Die letzte Generation wird nicht des natürlichen Todes sterben, sondern zum Herrn hinweggenommen oder entrückt werden. Wir wissen nicht, vielleicht leben wir schon in dieser Zeit der letzten Generation der Gemeinde. Und beides geschieht in einem Augenblick. Die Auferweckung der Toten, die im Herrn gestorben sind, zum ewigen Leben. Die anderen werden auch auferstehen, aber zur Verdammnis im Ort ewiger Qual. Und die Verwandlung der lebenden, gläubigen, geretteten, durch den Geist Gottes wiedergeborenen Christen zur himmlischen Herrlichkeit. In einem Augenblick. So lesen wir in 1. Thessalonicher 4, 15 bis 18, diese zentrale Stelle über die Entrückung. Ich lese ab Vers 13. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, also die Verstorbenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Also die Entschlafenen im Herrn und die lebenden Gläubigen. Wir werden beim Herrn sein, wenn er seine Gemeinde zu sich ruft. Hier steht im Griechischen der Begriff Entrückung, griechisch Harpazäen, das heißt wörtlich entreißen, ergreifen, rauben, wegnehmen. Wegnehmen von der Erde mit all ihrem Leid, mit ihrem Schmerz, mit ihren Krankheiten und Qualen. Die Entrückung ist also die Hinwegnahme der gläubigen, geretteten Christen von dieser Erde zum Herrn in sein Reich. Diese geschieht zeitgleich mit der Auferweckung der früheren Generationen von Christen, die bereits verstorben sind. Und gemeinsam werden wir beim Herrn Jesus sein und ihn loben und preisen in Ewigkeit. Freust du dich darauf? Ich freue mich sehr und möchte auch jeden Tag bereit sein, dem Herrn zu begegnen, gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Nun, ganz wichtig, die Bibel spricht davon, dass wir den genauen Zeitpunkt, wann dies geschieht, nicht wissen können. Wir können keinen Termin berechnen. Der Herr Jesus sagt, Zeit und Stunde weiß niemand, allein der Vater im Himmel. So heißt es in Matthäus 13, 31 bis 33, Markus 13, 31 bis 33, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Und ebenso sagte Herr Jesus in Lukas Evangelium Kapitel 12, Vers 37 bis 40, Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Also immer wach sein, immer bereit für den Herrn, so wie die klugen Jungfrauen, die genügend Öl bereithalten. Und weiter sagt der Herr, wahrlich, ich sage euch, er wird sich schützen, also dieser Herr, und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen, diese Knechte. Und wenn er, der Herr, in der zweiten Nachtwache kommt oder in der dritten Nachtwache und sie so findet, glückselig sind jene Knechte, also die bereit und wach sind. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da er es nicht meint, nicht erwartet. Also diese ganzen Berechnungen, wann genau und an dem Tag und so, was viele Sekten, aber auch andere versucht haben, das ist völlig daneben. Ja, das sollen wir gar nicht machen, sondern eben gerade immer bereit sein. Dennoch, und ich möchte jetzt doch auch auf diese schwierige Frage kurz eingehen, dennoch wird in christlichen Kreisen viel darüber spekuliert, ob die Entrückung vor, während oder nach der sogenannten großen Trübsalzeit mit der Herrschaft des Antichristen und seines falschen Propheten geschieht. Viele gehen ja davon aus, diese 70. Jahrwoche in Daniel 9, 27 folgende, dass die im ersten Jahrhundert geschehen ist, denke ich auch, aber dass sich dann auch nochmal wiederholt, nachdem viele Kriege sind, über Jahrtausende oder Jahrhunderte, dass da am Ende nochmal diese letzte Jahrwoche ist. Und das halte ich auch durchaus für möglich, diese sieben Jahre. Die Bibel allerdings spricht von dreieinhalb Seiten, das möchten wir auch in der Offenbarung zur Kenntnis nehmen, da ist immer von dreieinhalb Seiten die Rede. Von daher ist diese Frage doch sehr schwierig und kompliziert. Möchte ich jetzt auch hier nicht ausführen. Aber nennt die Bibel überhaupt einen doch ungefähren Zeitpunkt, wie gesagt, einen genauen Zeitpunkt, können dürfen wir nicht berechnen, aber gibt es doch irgendwo doch eine Zeitangabe, wann die Entrückung sein könnte? Das wird jetzt spannend, ja. Und tatsächlich, es gibt eine Stelle, wo ein Hinweis ist, ein Hinweis. Ich lese mal 1. Korinther 15, 51 bis 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden durch die Hinwegnahme. Plötzlich, in einem Augenblick, und jetzt kommt es, zur Zeit der letzten Posaune. Da steht tatsächlich, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Und wir wissen alle, es ist umstritten, was diese letzte Posaune ist. Denn dann könnten wir ja sich genau zum Zeitpunkt einstellen, eventuell. Allerdings, es gibt auch vor den Posaunen noch die Donnergerichte in Offenbarung 10, und die bleiben verschlüsselt. Von daher weiß niemand, was da alles noch kommt, vorausgeht und so weiter. Nun, was ist diese letzte Posaune? Manche Ausleger denken an die Posaune vom Posaunenfest des Alten Testaments. 3. Mose 23, Vers 24, da wird in Israel Posaune geblasen. Es gibt auch das Neujahrsfest, Rosh Hashanah, zur Eröffnung des Jahres, was aber da nicht im 1. Januar ist, sondern in der Mitte unseres Jahres. 3. Mose 23, Vers 24, 4. Mose 29, Verse 1 bis 6, also das Posaunenblasen, eines der Feste des alten Israel. Das ist durchaus, nicht von der Hand zu weisen, könnte eine Möglichkeit sein. Ich möchte es gar nicht bestreiten. Andere, das halte ich aber nicht für biblisch, denken an das Posaunenblasen im römischen Heer, wo zum Aufbruch geblasen wurde, aber das findet sich nirgends in der Heiligen Schrift. Und das andere, wohin ich selber tendiere, das ist die Frage, das naheliegendste an sich im Neuen Testament, ob es nicht auch die siebte Posaune in der Johannes-Offenbarung sein könnte. Diese letzte Posaune, von der immer wieder die Rede ist. Es gibt da zwei Stellen, wo diese letzte Posaune erklärt wird, in Offenbarung 10, Abvers 4, lese ich mal, in Offenbarung 10, Abvers 4. Und als die sieben Donner ihre Stimme erhoben hatten, wollte ich schreiben, da hörte ich eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, versiegle, was die sieben Donner geredet haben und schreibe es nicht auf. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, hob seine Hand zum Himmel auf und schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist und die Erde und was darauf ist und das Meer und was darin ist, dass es nun keine Frist, keinen Zeitaufschub mehr geben soll. Also die Zeit auf der Erde endet praktisch für die Gemeinde, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden. Und wir wissen, eines der Geheimnisse Gottes in der Bibel ist die Entrückung. Es gibt noch andere. Soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er seinen Dienern, den Propheten, angekündigt hat. Also keine Frist mehr, die Zeit für uns endet, wir gehen dann in die Herrlichkeit zum Herrn. Das wäre bei dieser Posaune nach den Donnern. Nun müssen wir schauen bei der siebten Posaune selber, ob da, das ist jetzt die Frage, ob da sich ein Hinweis auf die Entrückung findet. Das ist jetzt die spannende Frage. Und da lesen wir Offenbarung 11, die Verse 15 bis 18. Offenbarung 11, 15 bis 18. Der siebte Engel stieß in die Posaune. Da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also Christus tritt seine Herrschaft an. Und weiter Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Drohnen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Wir danken dir, oh Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Und die Heidenvölker sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen und die Zeit ist gekommen, dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Nun, was haben wir hier gehört? Wir haben gehört, jetzt, bei der siebten Bosaunische Zeit, da dein Zorn gekommen ist, wo jetzt der Zorn Gottes über die Erde ergeht, in Gestalt etwa der sieben Zornschalen und die Zeit ist gekommen, an der die Knechte, Propheten und Heiligen den Lohn erhalten und den Lohn können sie nur erhalten, nachdem sie oder nachdem wir dann, wenn wir es erleben, entrückt sind. Dann erhalten wir den Lohn, also das Preisgericht. Also hier wird zweierlei gesagt, in Offenbarung 11, bei der siebten Bosaune, jetzt geht der Zorn Gottes über die Erde und jetzt bekommen die Knechte des Herrn ihren Lohn im Preisgericht. Das ist doch sehr interessant. Also ich persönlich lese da die Entrückung heraus, aber wie gesagt, ich bin auch für andere Interpretationen durchaus offen. Es ist kein Thema, worüber man streiten sollte, sondern wie gesagt, es wird in der Bibel betont, alle Zeit bereit zu sein, dem Herrn zu begegnen, indem unsere Herzen gereinigt sind durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Nun, dieses Zorngericht, 1. Thessalonicher 5, Vers 9, da heißt es ja, Gott hat uns nicht zum Zorn oder Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, jeder, der wirklich den Herr Jesus liebt, Reinigung hat durch sein Blut, gerettet ist, der hat eine Wohnung im Himmel und der kommt nicht in das Zorngericht mit der Folge der ewigen Verdammnis in der Hölle am Ort ewiger Qual. Und das Preisgericht für die Gemeinde, das wird beschrieben in 1. Korinther 3, Vers 11 bis 15, da heißt es ja, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das einzige Fundament. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Heu, Stroh, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Nach der Entrückung. Lohn empfangen oder eben, wenn er auferweckt wird aus den Toten, die schon entschlafen sind. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Hier ist die bekannte Stelle vom Lohngericht der Gläubigen, die eben nicht mehr ins Verdammungsgericht kommen. Ja, das wird auch durch andere Stellen bestätigt, zum Beispiel Matthäus 24, 21 bis 22. Da lesen wir, denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, die über die ganze Erde geht, diese große Trübsal. Das wird in Matthäus 24 beschrieben. Wie sie nicht gewesen ist, vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Also das wird am Ende geschehen. Noch nie gewesen und wird auch nie mehr kommen, die letzte große Trübsal. Und dann sagte Herr Jesus, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, verkürzt, dann würde kein Mensch gerettet werden, aber um der auserwählten Willen werden diese Tage verkürzt. Nun im Kontext ist zwar auch die Rede vom Gräuel der Verwüstung, der in Israel aufgebaut wird, deshalb meint manches bezieht sich nur auf Israel, aber es geht im Gesamtkontext Matthäus 24 um die ganze Gemeinde, alle Auserwählten, das sind die Heiligen, die Gläubigen und so ist es so, dass Prophetie sich auch in mehreren Stufen erfüllt und es geht darum, dass hier die Tage verkürzt werden. Ich glaube nicht, dass dann die Tage einfach kürzer werden wie vielleicht jetzt im Winter, sondern die Zeit wird verkürzt. Die Zeit wird verkürzt und wenn die Bedrängnis am größten ist während dieser Trangsalzeit, da wird die Gemeinde herausgenommen, heraus aus dieser großen Trangsal. Noch zwei Stellen zum Schluss, besonders wichtig für die Frage der Entrückung ist 2. Thessalonicher 2, die Verse 1 bis 8. Da lesen wir, wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Das wird oft überlesen. Es geht hier nicht nur um die Wiederkunft des Herrn, sondern auch um die Vereinigung mit ihm. Und was ist das? Unsere Vereinigung mit dem Herrn ist die Entrückung. Also beides wird hier jetzt prophezeit. Und das sagt jetzt der Apostel, durch den Heiligen Geist inspiriert, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Also diesen Tag des Christus kann man nicht trennen hier von dem, was in Vers 1 gesagt ist, nämlich die Wiederkunft des Herrn und unsere Vereinigung mit ihm. Das ist das Thema in 2. Das lohnt sich ja 2. Manche reißen es auseinander, die machen einen Tag des Christus, einen Tag der Wiederkunft und x Wiederkünfte, völlig unlogisch. Also es ist hier ganz klar der Vers 1 nochmal bekräftigt und als Tag des Christus bezeichnet. Und dann heißt es jetzt, lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst, also bevor dieser Tag des Herrn mit der Entrückung der Gemeinde kommt, es muss zuerst der Abfall kommen, also der Abfall vom Glauben. Und liebe Geschwister, das erleben wir ja zurzeit massiv. Wo gibt es denn noch biblischen Glauben in unserem Land und große Erweckungen? Ja, gestern haben wir gehört, es geht heute darum, dass die Einzelnen noch herausgerettet werden aus dem Feuer. Die Zeit der großen Erweckungen ist leider vorbei. Das war im 16., 17., 18., 19. Jahrhundert, auch noch bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts. Aber jetzt leben wir, sehen viele so, in der letzten Stufe der Endzeit, wo die große Verführung triumphiert. Und heute haben wir die große Verführung. Trotzdem evangelisieren wir und gehen auf die Straße und laden auch Evangelisten ein und wollen diesen Dienst weiter tun, solange der Herr uns die Kraft schenkt. Es muss also zuerst der große Abfall kommen und der Mensch der Sünde, wörtlich steht hier, der Mensch der Gesetzlosigkeit, Anomia, offenbart werden. Der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Das ist der Antichrist, der Mensch, der Sünde, das Tier aus dem Meer, Offenbarung 13, hat viele Namen, aber es ist der absolute Gegenchristus. Der muss offenbart werden, auch der, dann erst, wird die Gemeinde zum Herrn gehen. Wir wissen aber nicht, ob der schon da ist. Von daher bin ich auch jederzeit bereit, dem Herrn zu begegnen. Und dann heißt es weiter, denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur dass der, der es jetzt noch aufhält, aus der Mitte weggenommen werden muss. und dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Was mir auffällt, ist mir erst die letzten Jahre so deutlich geworden, früher dachte ich, dass ein Engel das Aufhaltende ist, gibt es auch diese Engelmächte in Daniel 12, Erzengel Michael und so weiter. Viele glauben, der Heilige Geist ist das Aufhaltende in der Gemeinde. Natürlich, auch die christliche Gemeinde hält auch auf, aber auch nach der Entrückung wird es ja Bekehrungen geben, weil dann gerade durch die Entrückung viele zum Glauben kommen. Das ist völlig logisch. Der Heilige Geist wird nie völlig von der Erde weg sein. Was aber weg sein wird, das sind die guten, christlich geprägten Gebote und Gesetze und die werden zurzeit aufgelöst. Es ist doch ganz klar, wenn die Gesetze praktisch alle gottlos geworden sind oder viele, ich sage mal, die ethischen Gebote, ja, erleben wir ja gerade, Ehe für alle und so weiter, dann hat der Gesetzlose freie Bahn. Dann muss er gar nichts mehr beseitigen, es ist ja schon beseitigt durch seine Vorläufer in Politik, Medien, Justiz und so weiter. Das erleben wir ja Jahr für Jahr, wie immer mehr Gebote weltweit in vielen Ländern aufgehoben werden. Vom Islam will ich auch nicht reden, Islam an sich ist auch schon eine antichristliche Religion, aber auch in den Ländern, die sich bisher christlich nannten, werden die christlichen Werte immer mehr beseitigt, Schritt für Schritt, Punkt für Punkt. Und wir haben auch gestern gebetet für unsere Kinder, die letzte Generation, vielleicht, ja, wissen wir nicht, sie wird immer mehr indoktriniert, mit dem Geist der Gesetzlosigkeit, der Schamlosigkeit und der Unmoral und all diesen Dingen. Seien wir wachsam und beten wir, dass wir durch diese Zeit, diese schwere Zeit, die Endzeit hindurch gerettet werden. Auch dieses Jahr sind wieder viele Endzeitkonferenzen geplant, wo wir immer wieder auch warnen und aufklären. Also hier in 2. Lose 2, Vers 1 bis 8 steht, dass vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm zuerst der Glaubensabfall eintritt, den wir schon erleben, und auch der Mensch der Sünde, der Gesetzlosigkeit offenbart werden muss, der Antichrist, mit seinen Vorläufern, die dem Gesetzlosen den Weg ebnen. Und wer aufhält, wie gesagt, durchaus auch die Gemeinde, solange sie noch in ihrer Fülle da ist, aber auch die noch teilweise christlich geprägten Gesetze, die wir auch hier in Deutschland nach dem Krieg hatten, als wirklich so auch eine kleine Erweckung durch unser Land noch ging, auch bei den Gesetzgebern. Im Namen Gottes steht noch im Grundgesetz, aber schon nicht mehr in der europäischen Verfassung, die Reformvertrag heißt. Wir haben ja keine Verfassung in Europa und da steht nur die religiösen, kulturellen und religiösen und kulturellen Werte in diesem Sinne. Aber Gott kommt überhaupt nicht vor in der EU-Verfassung. Also auch da sehen wir schon, wie das immer mehr aufgelöst wird. Nun, wo wir uns alle einig sind, denke ich, ist, dass wir alle Zeit wachsam sein sollen. Das habe ich auch am Anfang betont, denn wir wissen ja nicht, wie weit wir sind, ob die Zeit schon so weit fortgeschritten ist. Denn wir erleben ja heute schon in zunehmender Zahl Seuchen, Kriege, Inflation, Hungersnöte, Erdbeben, alles das, was herausgesagt ist, in den Siegelgerichten, etwa in Offenbarung 6 und auch dann sich noch steigert in den Posaunengerichten. Und was die Donnergerichte sind, das bleibt noch verborgen. Wir wissen nicht, ob der Antichrist schon lebt, aber seine Vorläufer sind auf jeden Fall schon da. Und es gab schon immer die Antichristen, gemäß 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die von uns ausgegangen sind, aber nicht von uns waren. Also dieser Geist ist ja schon immer am Wirken. Wir wollen daher immer wachsam und bereit sein. Und so steht auch in Offenbarung 3, Vers 10, wörtlich, dass der Herr uns aus der Stunde der Versuchung heraus bewahrt und dieses Eck griechisch, das steht nicht vor, sondern aus im Griechischen, also auch heraus während dieser Drangsalzzeit, das ist eine räumliche Herausnahme, ist gar keine zeitliche Angabe, was viele fälschlich auch schon auslegen, sondern es geht hier um eine räumliche Bewahrung heraus aus dieser Stunde der Versuchung. Das ist eine räumliche Präposition, dieses Eck. Nun, eine letzte Stelle aus der Heiligen Schrift, bevor wir ins Gebet gehen, ist 2. Petrus 3, Vers 8 bis 12. 2. Petrus 3, 8 bis 12. Hier wird erklärt, warum sich die Zeit so lange verzögert, bis der Herr kommt. Nun, bei Gott sind ja ganz andere Zeitmaßstäbe. Bei Gott sind tausend Jahre wie ein Tag. Und doch sagte Herr Jesus, wenn ihr seht, dass sich die Zeichen der Zeit vermehren und die mehren sich in unserer Zeit, dann seid ganz besonders bereit, ja. Und dann seht ihr, dass, wenn der Feigenbaum grünt, auch Israel, ja, zum Beispiel und die ganzen Gerichte, Globalisierung, falsche Christusse, Verführung, Hungersnöhe, Erdbeben, all diese Dinge, auch Kriege, wenn das alles zunimmt, auch falsche Propheten, Verführung der Gemeinden und all dieses, dann wisst ihr, dass der Tag nahe ist. So steht es in Matthäus 24. Und in 2. Petrus 3, 8 bis 12, letzte Stelle, die ich jetzt lesen möchte, ist folgendes gesagt. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist geduldig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren geht, dass jemand in die Hölle geht, sondern er will, dass alle gerettet werden, dass jeder Mann Raum zur Umkehr habe, steht hier wörtlich. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Das muss ich erklären. Das heißt, so plötzlich wie ein Dieb kommt. Der Jesus ist kein Dieb, aber er kommt so plötzlich wie ein Dieb, so überraschend, gerade wenn man es nicht erwartet. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber verhitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch, also die Gläubigen, euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht. Heiliger Wandel und Gottesfurcht. Indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Ja, der Tag des Herrn, es wird ein Tag sein, des Zorns über diese Erde und es ist wichtig, dass wir zu Jesus gehören, dass wir herausgerettet werden aus dieser letzten Drangsalzzeit, dass wir da nicht bis zum Ende durchhalten müssen, sondern dann, wenn die Not am größten ist, dass dann die Hilfe Gottes am nächsten uns ist und wir uns freuen dürfen, vereinigt zu sein mit den Gemeinden, ja, mit den Gläubigen aller Generationen, die vor uns gelebt haben, auch den Heiligen des alten Bundes, die in der Erwartung auf den Messias, Jesus, den wahren Gott, verehrt haben. Sie alle werden wir sehen und ich wünsche uns, dass wir da alle dabei sind, beim Herrn in seinem himmlischen Reich. Dazu möge der Herr uns seine Gnade schenken. Amen. Amen. Amen.